Hallo, mein Name ist Sina und ich bin Mitarbeiterin des Entrepreneurship Centers der Ostfalia Hochschule. Zu uns kommen die Gründer, wenn sie Fragen haben, rund ums Gründungsgeschehen. Natürlich haben auch wir unsere Grenzen. Immer dann, wenn es um rechtliche Aspekte geht oder um steuerliche Dinge, dann verweisen wir auf unsere Netzwerkpartner, auf Rechtsanwälte, auf Steuerberater, denn das ist einfach nicht unser Fachgebiet. Ich begrüße Sie hier in unseren Kanzleiräumen. Mein Name ist Jens Dürr, ich bin Diplom-Kopfmann und Steuerberater. Und wir beraten hier in der Kanzlei unter anderem auch Start-ups und unterstützen sozusagen in die Selbstständigkeit. Steuererklärung ist, glaube ich, ein Unwort für jeden Gründer. Viele können mit dem Begriff nichts anfangen und deswegen ist es auf jeden Fall ratsam, sich bei einem Steuerberater beraten zu lassen, um sich einen Überblick zu verschaffen. Da kriegen Sie Unterstützung, weil natürlich, wenn Sie so ein Formular erstmals in der Hand halten, wird es wahrscheinlich schwierig sein, zu entscheiden, in welchem Kästchen mache ich denn jetzt welche Angaben. Das kann die laufende Umweltssteuervoranmeldung sein, in denen Angaben gemacht werden müssen. Das kann aber auch die Lohnsteueranmeldung sein. Das kann auch dann letztendlich auch die Einkommenssteuererklärung sein mit dem Jahresabschluss. Dort unterstützen wir also im Grunde den Start-up von Beginn an. Oft ist es so, dass wir mit dem Gründer zusammen eine Frageliste erstellen, damit auch wirklich alle wichtigen Details dann in der Beratung geklärt werden können. Der Extensgründer kommt meist schon vorbereitet, gut vorbereitet hier in unsere Kanzleiräume, bringt in der Regel seinen Businessplan mit, seine erste Geschäftsidee und dort werden dann diese Dinge dann besprochen auf Basis seiner Unterlagen und weiter verfeinert. Die Gründer haben prinzipiell immer dieselben Fragen. Woher bekomme ich eigentlich meinen Betriebseröffnungsbogen und wie fülle ich ihn richtig aus? Der wird Ihnen zugeschickt oder Sie können auf der Seite der OFD, also www.ofd.de, können Sie diese Dinge da auch, ich sage mal, elektronisch abrufen. Das macht auch Sinn, wenn man das im Vorfeld schon macht und dann sollte man zeitgleich auch gleich eine Steuernummer beantragen, weil die halt ganz wesentlich ist im allgemeinen wirtschaftlichen Geschäftsverkehr. Wichtig auch, welches Finanzamt ist für mich zuständig? Ja, da unterscheidet man entweder das sogenannte Betriebsfinanzamt, Betriebsstättenfinanzamt, das ist also dort, wo das Unternehmen seinen Sitz hat und für seine persönlichen Steuererklärung ist halt das Wohnsitzfinanzamt zuständig. Warum bezahle ich Steuern? Wofür bezahle ich Steuern? Ja, Sie müssen in allen Bereichen Steuern zahlen. Das fängt schon an, wenn Sie eine Leistung erbringen für einen anderen Unternehmer oder für eine Privatperson, dann müssen Sie unter anderem vielleicht um das Steuer zahlen, um das Steuer abführen. Wenn Sie Mitarbeiter haben, müssen Sie Lohnsteuern zahlen. Das kann sein, dass man, wenn man eine Immobilie erwirbt, eine gewerbliche Immobilie, dass man Grunderwerbsteuer dann zahlen muss. Also so ist ein bunter Strauß an Steuerarten, die da auch auf einen zukommen können. Und deswegen ist es schon wichtig, dass man auch frühzeitig sich mit dem Steuerberater in Verbindung setzt. Die meistgestellte Frage ist, was ist der Unterschied zwischen Mehrwertsteuer und Umsatzsteuer? Gibt es einen Unterschied? Ja, die Mehrwertsteuer ist im Grunde die Umsatzsteuer. Allerdings, die Umsatzsteuer wird halt abgeführt, wenn ich Leistung erbringe. Und auf der anderen Seite, wenn mir jemand gegenüber Leistungen erbringt, kann ich halt entsprechend die Vorsteuer abziehen. Das Gesamte ist im Grunde das Mehrwertsteuersystem. Was ist eine Vorsteuer? Ja, sofern der Start-up vorsteuerabschlussberechtigt ist, also kein Kleinunternehmer ist, dann kann er sich die Vorsteuer aus den Eingangsrechnungen ziehen und sich von der Finanzverwaltung erstatten lassen. Was ist der Unterschied zwischen Ist- und Sollsteuer? Bei der Soll- und Ist-Versteuerung gibt es eine Umsatzgrenze von 500.000 Euro Gesamtumsatz. Wenn diese überstiegen wird im Jahr, dann ist man Sollversteuerer und muss also die Umsatzsteuer schon bereits im Zeitpunkt der Leistungserbringung abführen. Und ansonsten ist man Ist-Versteuerer und dann führt man die Umsatzsteuer erst ab, wenn die Gelder auch vereinnahmt wurden. Wie sind die Einkommenssteuergrenzen? Das ist ganz individuell letztendlich. Also Steuern muss man zahlen, wenn man im Grunde einen Gewinn erwirtschaftet. Dort gibt es bestimmte Freibeträge, je nachdem, ob man zum Beispiel verheiratet ist oder ob man getrennt lebt oder einzeln veranlagt wird. Was kann ich steuerlich absetzen? Welche Quittung muss ich auf jeden Fall behalten? Steuerlich können Sie natürlich im betrieblichen Bereich alles absetzen, was letztendlich mit dem Betrieb als solches im Zusammenhang steht. Also ganze Betriebsausgaben, dort können Sie zum Beispiel Leasingaufwendungen Ihres Kfz absetzen. Sie können Büromaterial absetzen, die Miete des Büros vielleicht, welches Material, was Sie kaufen. Sie können EDV an sich anschaffen und können Sie abschreiben über drei Jahre. Sie können Büromöbel anschaffen. Das wird auch abgeschrieben über die Lebensdauer, über die Nutzungsdauer dieses Inventars. Für alles, was Sie steuerlich Geld machen wollen, brauchen Sie Nachweise. Und das wird herkömmlich über sogenannte Belege, also Eingangsrechnungen unter anderem, können auch Verträge sein und so, nachgewiesen. Das wird die Finanzverwaltung auch Jahre später gegebenenfalls bei einer steuerlichen Betriebsprüfung auch überprüfen, ob diese Nachweise dann auch erbracht werden können. Worauf muss ich achten bei der Buchhaltung? Es ist ganz wichtig, dass von Anfang an im Grunde eine ordnungsgemäße Buchhaltung auf Zeichnungen geführt werden. Es gibt bestimmte Grenzen, wo natürlich höhere Anforderungen dargestellt sind. Die steuerlichen Grenzen der Abgabenordnung liegen halt bei 50.000 Euro Gewinn oder 500.000 Euro Umsatz. Wenn man diese Grenzen übersteigt, muss man die Bestände aufnehmen, man muss größere Aufzeichnungen führen, man muss ein Eingangsrechnungsbuch führen, ein Ausgangsrechnungsbuch. Man hat eine Bilanz zu erstellen, eine Gewinn- und Verlustrechnung, je nach Rechtsform vielleicht auch noch einen Anhang. Man hat so größere Aufzeichnungspflichten. Ja, wenn man unter diesen Grenzen liegt, reicht eine einfache Einnahmenüberschussrechnung aus. Das heißt, man zeichnet im Grunde nur die Einzahlungen und Auszahlungen auf. Dadurch reicht dann meines Erachtens schon eine einfache Excel-Tabelle. Allerdings sollten die Belege halt in ordnungsgemäß, in chronologischer Reihenfolge von Anfang an sauber aufbewahrt und verwaltet werden. Sicherlich könnte ein Start-up auch ohne Steuerberater leben. Das wird wahrscheinlich aufgrund der Komplexität des Steuerrechts sehr schwierig werden. Das fängt schon an, wenn es darum geht, welche Mindestbestandteile muss eine Rechnung haben, damit die steuerlich anerkannt wird. Insofern sind das viele Details, die dann eine Rolle spielen. Und insofern kann man jedem Start-up nur raten, sich einer steuerlichen Beratung zu unterziehen, damit auch keine Fehler gemacht werden. Und damit das am Ende des Tages nicht auch eine Menge Geld kostet. Je nachdem, inwieweit man sich mit dem Thema beschäftigt hat, ob die Rechtsform schon feststeht oder nicht, ist es sinnvoll, erst zum Steuerberater zu gehen. Hat man sich aber überhaupt noch nicht mit Rechtsformen auseinandergesetzt, sollte man vielleicht erst zum Rechtsanwalt gehen. Das wird individuell mit unseren Gründern im Gespräch besprochen und dann die Termine vereinbart. Wenn Sie als Start-up ein einfaches Einzelunternehmen gründen, Sie also alleine etwas machen, dann reicht im Grunde der Steuerberater aus, der einen da unterstützt, was diese steuerlichen Pflichten angeht und die Buchführungspflichten. Wenn es dabei darum geht, zum Beispiel eine GmbH zu gründen oder mit jemandem zusammen vielleicht eine ORG oder eine Gesellschaft, dann sollte man sich auf jeden Fall schon bereits im Zeitpunkt der Existenzgründung mit einem Rechtsanwalt in Verbindung setzen, damit man eine weitergehende Beratung erhält. Falls ihr euch auch für Entrepreneurship interessiert oder selber eine Geschäftsidee habt, gründen wollt oder einfach mal darüber sprechen wollt, meldet euch bei uns. Ihr findet uns auf den gängigen Kanälen Facebook, YouTube und natürlich unter www.liebergründen.de www.liebergründen.de